Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins, Foto-Move und ich werde ja nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es auf diesem Kanal nicht so sehr um Technik gehen soll und schon gar nicht um Pixel-Pieperei oder Kleinkrämerei, sondern wir denken groß, wir, die diesen Kanal machen, wir, die diesen Kanal schauen. Trotzdem habe ich selbstverständlich in den letzten Tagen Sendungen zum Thema Canon EOS R5 und R6 gemacht, denn das war im technischen Bereich eine Ankündigung, die auch ich nicht übergehen konnte. Verrückterweise schießen jetzt förmlich die Spekulationen aus dem Boden, obwohl überhaupt noch niemand irgendein echtes Modell in die Hand bekommen hat. Bisher waren nur Vorserienmodelle im Umlauf, aber das werden wir mal in Ruhe mit einem Auge weiter verfolgen. Was aber schon auf dem Tisch liegt, ist der Preis und da war die Angst groß bzw. das Entsetzen auch bei meinen Zuschauern und ich dachte mir, vielleicht muss ich das Ganze doch mal ein wenig ins rechte Licht rücken bzw. relativieren. 4.500 Euro für ein Kameragehäuse. Was? So haben viele reagiert und waren ganz geschockt, dass sie damit ja gar nicht gerechnet hätten und sich jetzt diese Kamera auch gar nicht kaufen können. Und ihr dürft mich jetzt gerne für ein wenig abgehoben oder arrogant halten, aber da meine Zuschauer und viele, die so reagiert haben, eben auch keine Profifotografen sind, muss ich sagen, ihr sollt die gar nicht kaufen. Also ihr könnt das gerne tun, dann freut Canon sich natürlich, aber ihr seid nicht die Zielgruppe. Ihr wisst, sobald man in den professionellen Bereich kommt, ist die Preissteigerung eben nicht mehr unbedingt mit Leistungssteigerung gerechtfertigt, sondern dann sind die kleinen Änderungen, die man als Profi halt gerne hat, gleich doppelt und dreifach so teuer. Das ist mal ein Punkt, den ich hier so klar sagen muss. Also wer sich die von euch kauft und ich gönne euch die von Herzen, weil er einfach viel Geld auf dem Bankkonto hat, dann tut das und freut euch, aber so ist nun mal die Welt. Der zweite Aspekt ist, dass sich das natürlich für Profis anders rechnet. So, da komme ich gleich nochmal einem anderen Punkt zu, aber es rechnet sich ja insofern schon anders, dass diese Kameras natürlich insgesamt auch stabiler gebaut sind. Wir haben jetzt bei der R5 so eine besondere Wetterfestigkeit und die ist schlicht auch ein bisschen größer, liegt anders in der Hand. Auch so etwas, solche Dinge spielen natürlich im täglichen Einsatz, wenn ich damit nicht nur mal so fotografiere, aus Hobbygründen, spielen dann natürlich schon eine große Rolle, Stichwort Ergonomie. Aber der Preis an sich ist auch gar nicht so erschreckend und da, auch das ist nicht böse gemeint, nehmt es mit einem Augenzwinkern meinerseits, da scheint manchen auch die Erinnerung zu trügen. Ich habe nämlich eben mal Preise nachgeschaut und ja, einfach das letzte große Modell, das Canon an den Markt gebracht hat, war ja keine Spiegellose, sondern, ja was ist es jetzt, der Vorgänger, die ähnliche Kamera, eben die 5D Mark IV, also die große Spiegelreflexkamera, die kann man ja heute noch neu kaufen, logisch, die ist ja nicht vom Markt und die kostet heute noch bei Canon die unverbindliche Preisempfehlung. Und eine andere haben wir ja auch von der R5 noch nicht auf dem Tisch, so kostet bei Canon immer noch 3.020 Euro, so, also auch kein Pappenstiel, so, selbst wenn da natürlich jetzt noch Rabatte runtergehen und im Verkauf, ein großer Händler bietet so eine Mischung aus Rabatt und Trade-in und kommt dann so auf rund 2.500 Euro, das gibt es natürlich, das wissen wir aber auch jetzt für die R5 noch nicht, was da an Rabatten und Trade-in oder weiß der Henker, was möglich sein wird in den nächsten Wochen oder Monaten. Also gehen wir von der unverbindlichen Preisempfehlung aus, dann liegen da zwar 1.500 Euro zwischen, aber wir haben einen absoluten Spitzenboliden und ich bleibe dabei, mit dem Canon sich das erste Mal seit Jahren wieder eine Nasenlänge nach vorne gebracht hat, also auf Platz 1, kann schnell wieder von Platz 1 verschwinden, keine Frage, so, Sony steht schon in den Startlöchern, aber da haben ja die ganzen Unken nicht mit gerechnet, die reden ja Canon schon seit 2, 3 Jahren mehr oder weniger tot und jetzt ist Canon plötzlich mit so einem Spitzenmodell dabei, spannende Sache. So, und ja, 2016 erschien die EOS 5D Mark IV und dann schauen wir doch einfach mal nach, was die damals gekostet hat und da war die unverbindliche Preisempfehlung immerhin auch 4.065 Euro, also auch schon vor 4 Jahren über 4.000 Euro. So, nun kann man sich natürlich wünschen, dass alles billiger wird, aber der Zug ist abgefahren. Ich glaube, diese Geiz-ist-geil-Welle hat ja schon auch ein Stück weit ihr Ende gefunden. So billig wird alles eben nicht mehr, es wird eben eher teurer. Jetzt können wir da als Verbraucher oder auch Profis drüber klagen, ich gebe auch nicht gerne Geld aus, na gut, aber ist auch definitiv nachhaltiger als das, was sehr, sehr lange gelaufen ist bei uns auf dem Markt. Billig, 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 führte nicht zu immer bessere Qualität. Das muss man ja mal so deutlich sagen. Also, wir haben da schon beim Einstiegspreis nur noch einen Unterschied von 500 Euro nach immerhin 4 Jahren. Ich finde, das relativiert das Ganze. So, warum finde ich das jetzt sogar gut? Ich habe eben gesagt, als Profi ist das gar nicht schlecht, weil Canon, und das muss ich sagen, auch schon zu alten Zeiten, das war schon bei meiner 1DN, meiner analogen Spiegelreflexkamera so, relativ lange wertstabil bleibt. So, Canon senkt meistens so in zwei Schritten den Preis, geht aber nie ins Bodenlose und nimmt dann eher die Kamera mal vom Markt und ersetzt sie durch eine neue, als sie so ganz nach unten tröpfeln zu lassen. Das heißt, als Neukäufer hat man eine relativ hohe Sicherheit an Wertstabilität und kann eben auch nachher noch ein paar Euros für seine Kamera im Wiederverkauf bekommen, was ich ja auch durchaus empfehlen möchte. Also, ich war keineswegs geschockt. 4,5 ist für mich persönlich auch viel Geld. Ich überlege auch, ob ich die brauche, die R5, oder ob nicht die R6 die richtige Kamera von mir ist, für mich ist. Aber, nochmal, wer sie braucht und sich entscheidet, das sind die Preise. Und ich glaube, die sind auch ein Stück weit gerechtfertigt. Wobei, nochmal, wir alle würden uns wünschen, dass die Welt etwas preiswerter oder billiger, in dem Fall sogar billiger wäre. Ja, das ist mein Statement zum Thema. Wir sehen uns vielleicht am Freitag, da können wir noch ein bisschen darüber quatschen. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie das so bei euren Firmen ist, mit der Wertstabilität und den Preisen. Die Canon-User sind, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade sagen, die sind ja in der Unterzahl, also in meinem Forum, weiß ich aber gar nicht. Aber wir haben viele Nikon- und auch Sony-Nutzer, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Da bin ich ja nicht ganz so drin in diesem Thema. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir sehen uns im Chat am Freitag oder nächste Woche Dienstag wieder. Ansonsten haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss!